Dungeons & Denglish In der Tat, Dungeons & Denglish kann dazu beitragen, die Wachstumsphasen von TNT-Wissen dauerhaft zu verlängern. 9 von 10 Zahnerzten empfehlen Dungeons & Denglish. Wow, ein Durchbruch, Marie. Was sagst du dazu? 9 von 10 ist gar nicht so schlecht. Ich finde es fantastisch. Das sind ja 90 Prozent. Wow. Mathe ist mein Ding. Weißt du, was auch mein Ding ist? Ich fange jetzt mal mit einem Schwank aus dem Alltag an und dann steigen wir ins Thema ein. Okay, machen wir das. Ich habe seit gestern richtige Puddingbeine. Und warum? Puddingbeine? Ja, meine Eltern haben es geschafft, mein Fahrrad nach Passau zu bringen. Und jetzt fahre ich überall mit dem Fahrrad hin und ich habe gestern gemerkt, oh wow, das ist gar nicht so unanstrengend, überall wo man vorher hingelaufen ist, jetzt hin zu radeln. Vor allem bei 26 Grad. Ja, Radfahren ist gesund. Aber wie bei den meisten sportlichen Betätigungen ist es wahrscheinlich so, dass man einfach ein paar Tage braucht, bis man reinkommt. Und dann wird der Muskelkater einfach weniger. Ja, und Passau ist eine der fahrradunfreundlichsten Städte Deutschlands. Und das ist mir schon so extrem aufgefallen, weil ich innerhalb von zwei Tagen bestimmt schon dreimal angehuckt will. Ja, es kommt immer darauf an, wo man lang fährt, würde ich sagen. Aber Autofahrer sind allgemein keine Freunde von Fahrradfahrern, befürchte ich. Aber du hast schon recht, in Passau ist es straßentechnisch schon besonders schlimm. Ja, genau. So, und jetzt, das war der Schwank aus dem Alltag. Willst du auch noch was erzählen? Nee, ich will zum Thema. Dann steigen wir jetzt ein mit dem Thema der Folge. Und das heißt... Goblins. Ich habe mal unseren Folgenkatalog angesehen und habe festgestellt, wir haben noch keine Folge zu Goblins gemacht. Und deswegen dachte ich mir, rede ich mal allgemein über die. Wichtig ist dabei, man muss schon mal unterscheiden zwischen Goblins und Goblinoiden. Goblinoide sind die Übergruppe für Goblins. Und Goblins sind eine spezifische Unterart dieser Goblinoide. Ein paar andere dieser Unterarten kriegen vielleicht noch mal eigene Folgen, aber so ein bisschen werde ich es hier jetzt schon anschneiden, weil ein paar davon halt schon wichtig sind. Und meine Quintessenz der Folge, worauf ich eigentlich raus will, ist, dass Goblins und Goblinoide allgemein super oft dargestellt werden. Irgendwie so als so lustige, dumme, kleine Gegnerchen. Und das müssen sie nicht unbedingt sein. Und rein Lore-technisch würde ich jetzt auch fast argumentieren, sind sie das nicht wirklich, sondern sie sind durchaus eine ernstzunehmende, böse Kraft in der Welt. Ich finde das gerade sehr interessant, dass du das sagst, weil meistens werden sowas wie Goblins gern bei Einsteiger-Adventures benutzt. Und ich würde sagen, von so zehn Einsteiger-Adventures, die ich gespielt habe, sind in bestimmt sieben davon Goblins bekämpft, anschließend gekidnappt, gefesselt, geknebelt und hinter einem hergeschleppt worden, um sie als Druckmittel zu benutzen. Spieler stehen irgendwie drauf, Goblins zu fesseln. Das habe ich auch schon festgestellt. Nee, aber ich finde, das widerspricht sich auch gar nicht unbedingt mit dem, was ich gesagt habe. Und vielleicht ist das sogar gewissermaßen on theme, was die Goblins angeht. Um Goblins zu verstehen, muss man die Goblin-Kultur und die Goblin-Hierarchien verstehen. Und dafür machen wir jetzt nochmal einen Schritt zurück zu diesem Thema Goblinoide, das ich da angeschnitten habe. Es gibt nämlich verschiedene Arten von Goblins, wenn man so will. Die Goblins, über die wir am meisten reden, die nennen wir einfach nur Goblins. Eine Stufe über den Goblins stehen dann die Bugbears, auf Deutsch meistens mit Grottenschrate übersetzt. Die kann man sich einfach vorstellen wie doppelt so große Goblins, doppelt so muskulös und superhaarig. Und eine Stufe über denen stehen die Hop-Goblins. Und die Hop-Goblins sind so eine Mischung aus Menschen und Goblins. Also die sind deutlich intelligenter, deutlich stärker, deutlich begabter. Und die können zum Beispiel auch eher noch mit Magie umgehen oder komplexe Taktiken sich überlegen. Jetzt ist es aber so, das ist nicht einfach irgendwie so eine enge Verwandtschaft und ist eh alles dasselbe, nur unterschiedlich stark, wie wir es oft sehen bei anderen Monstern. Sondern das sind unterschiedliche Völker mit unterschiedlichen Herkünften, die nur sehr grob miteinander verwandt sind, wenn sie es überhaupt sind. Das ist gar nicht so unbedingt klar. Es wird zum Beispiel auch oft spekuliert, ob nicht die Goblins vielleicht sogar ursprünglich erschaffen wurden von den Hop-Goblins, damit die eine Macht haben, die sie kontrollieren können. Ich benutze Hop-Goblin übrigens super oft als scherzhafte Beleidigung. Ich weiß nicht wieso, weil ich sag mal so, gut 70% meiner Freunde haben noch nie D&D gespielt und auch kein Interesse daran. Und sie schauen mich dann immer so ein bisschen verwirrt an, wenn ich sie scherzhaft als Hop-Goblin bezeichne. Es macht halt irgendwie auch nicht so viel Sinn. Ich weiß nicht, ich finde einfach, das ist eine Beleidigung, die einem ganz gut über die Lippen kommt. So, du Hop-Goblin, du. Okay, ja, ich finde Beleidigungen müssen ja auch nicht unbedingt immer Sinn machen. Ebenfalls, was bindet diese drei Völker dann eigentlich aneinander und wo kommt diese Connection her? Und ich dachte, wir fangen einfach die Folge mal an mit einem Zitat aus Wohllos, frei von mir übersetzt. In vergangenen Zeiten waren die Goblinoiden voneinander getrennt, hatten einen eigenen Glauben und unterschiedliche Bräuche. Dann kam Maglubiet und besiegte alle, die sich ihm in den Weg stellten, Sterbliche und Götter gleichermaßen. Götter und Helden, die sich seinem Willen nicht beugten, wurden gebrochen und entsorgt. Er setzte seinen Fuß in den Nacken des mächtigen Kurgor-Berg und fesselte den Willen des widerspenstigen Hrugek, zwang den sadistischen Nomog-Geya sich zu fügen und was die Goblins, Grottenschrate und Hop-Goblins waren, bevor sich ihre Götter vor Maglubiet verneigten, spielte nun keine Rolle mehr. Jetzt sind sie in erster Linie Gefolgsleute von Maglubiet. Das bedeutet unterm Strich, die waren alle mal getrennt und dann kam ein Gott, der sich gedacht hat, nö, ich vereine das jetzt alles und hat die anderen jeweiligen Götter geknechtet und sie alle unter sich gesammelt. Genau. Und das schreibt Wolo auch, oberflächlich betrachtet sind die Völker, Goblins, Grottenschrate, Hop-Goblins, genauso unterschiedlich wie jetzt Halblinge, Zwergen, Menschen, Elfen voneinander unterschiedlich sind. Grob geht es in dieselbe Richtung, aber es kommt ja schon immer auf die Details an. Jedes Volk hat irgendwie seine eigenen Neigungen, Ansichten, Kulturen, sogar Götter, aber verbunden werden sie eher durch den Einfluss ihres Obergottes Maglubiet. Genauso wie er das restliche Pantheon von ihnen zusammengefasst hat. Quasi aus Teilen ein größeres Ganzes. Und wenn sich Goblins treffen, Goblinoide, dann wissen die auch sofort inständig, dass sie sich dieser Hierarchie fügen müssen. Aber fangen wir mal bei den Basics an. Goblins. Meistens so um den Meter groß, 90 bis 1,10 Meter, sagen wir mal, Zentimeter. Und wiegen immer so um die 20 Kilo. Haben rote bis gelbe Augen. Hautfarbe geht von gelb-grün zu orange, zu rot, manchmal auch grün. Je nachdem, welcher Autor das Ganze so schreibt, sind sie eher mal öfter grüner oder weniger. Eigentlich sind die und die Goblins aber nicht wirklich grün. Es ist so, dass es bei Goblins im Endeffekt so ist wie bei uns Menschen. Also Mitglieder eines Stamms haben in der Regel dieselbe Hautfarbe, wird halt erblich weitergegeben. Und man kann dann immer so ein bisschen ausmachen, von wo diese Goblins vielleicht stammen könnten. Spannend wird es aber bei der Goblin-Kultur. Und die gibt es durchaus, auch wenn die Spieler nicht oft unbedingt so viel davon mitbekommen. Bekannt sind die Goblins für eine unbeständige, oberflächliche Art. Und dafür, dass sie meistens halt einfach nicht so schlau sind. Und sie sind sehr impulsiv und emotional beeinflussbar. Das heißt zum Beispiel, dass es sehr leicht ist, sie zu verärgern. Aber in der Regel fällt es dafür halt genauso leicht, sie dann auch wieder zu besänftigen, wenn es ist. Dementsprechend sind sie auch sehr anfällig für, ich nenne es mal, emotionsgetriebenes Handeln. Zum Beispiel finden sie großes Gefallen an Rache oder an Selbstbereicherung. Tatsächlich haben viele von ihnen so tief angeborene, innenliegende Gier, die es ihnen ganz, ganz schwer macht, altruistisch zu handeln und Gutes für andere zu tun. Das bedeutet, wenn die Macht stark in ihnen wäre, wären sie Gutes ist. Wahrscheinlich. Goblins agieren meistens in der Form von Stämmen. So ein Goblinstamm wird, wenn er nicht gerade von irgendwelchen Nicht-Goblins geführt wird, von einem herausragenden Goblin geleitet. Das kann und meistens ist es auch genau das, einfach der stärkste Goblin sein. Aber es ist manchmal schon auch der schlauste oder der reicheste oder der in irgendeiner anderen Hinsicht begabteste. Weil Goblins einerseits große Probleme haben, komplexe Dinge zu lernen. Und weil sie andererseits sehr leicht zu beeindrucken sind, wissen sie Talent nämlich sehr zu schätzen. Das bedeutet, so ein Bade könnte bei denen richtig viel anrichten. So, keine Ahnung, der spielt denen ein Lied vor und sagt, ich habe für euch ein Lied eures Stammes komponiert und ihr dürft das haben und dafür lasst ihr mich in Ruhe. Und dann spielt er denen das vor. Der spielt das so meisterhaft, dass die alle so, wow. Ich meine, es klingt per se nach einer guten Idee, aber Goblins sind halt zwar nicht besonders intelligent, aber auch nicht komplett dumm. Und wenn die überzahlt sind, dann werden sie wahrscheinlich einsehen, dass so ein Gefangener Bade für sie so viele Lieder spielen kann, wie sie wollen. Okay. Ja, am Ende des Tages ist es nämlich schon so, dass in der Regel die Macht bei Goblins derjenige hat, der besonders gut drin ist, Macht auszuüben. Und das eher so eine Art gegenseitige Unterwerfung ist, wie eine Gefolgschaft aus Respekt, um das Respekt des Gründen. Ich habe den perfekten Vergleich und zwar Nacktmulle. Nacktmulle organisieren sich nämlich auch hierarchisch. Die haben eine Königin. Und wenn die Königin stirbt, betteln sich die so lange untereinander, bis die neue Königin auserkoren ist. Und die leben auch in so einem hierarchischen System quasi und ordnen sich dann unter, nachdem ausgeboxt wurde, wer die neue Nacktmullkönigin ist. Ich denke, das geht wahrscheinlich in eine ganz ähnliche Richtung. Und wir haben es ja vorher schon angesprochen, also dass Goblins ganz oft auch nicht Goblins als Anführer haben, hat schon so seine Gründe. Wir haben es ja gesagt, Goblins wissen einfach, dass sie mit Grottenschraten und Hopgoblins zusammenarbeiten müssen. Und in dem Fall heißt es für die Goblins halt, sich unterwerfen. Aber genauso kommt es auch nicht selten vor, dass irgendein anderes mächtiges Wesen sich halt die Schwäche und Manipulierbarkeit von den kleinen gelblichen Dudes zunutze macht. Und sagt, ihr arbeitet jetzt für mich. Und die Goblins haben dann meistens nicht so eine große Wahl. Das ist ja ungefähr so wie bei den Kobolden, da muss sich ja nur so ein Typ verkleiden als Drache und meistens sind sie so, okay, dann ordnen wir uns unter. Jetzt kommt noch eine Parallele zu den Nacktmullen, wenn das so stimmt, wie du das gerade gesagt hast. Nämlich Geflechterrollen. Goblins sind eines der wenigen Völker in D&D, die wirklich noch sehr strikten Genderrollen folgen, zumindest meistens. Also ich weiß nicht, ob das so ein Thema ist, das sich im Laufe der Editionen wirklich geändert hat oder ob Wizards da heute einfach nicht mehr so gern drüber redet. Aber jedenfalls ist es so, dass es in den meisten Aspekten, in D&D ja irgendwie keine großen Geschlechtsunterschiede gibt. Bei den Goblins allerdings ist es nicht so. Die sind durchaus noch so ein bisschen, ich nenne es mal altkonservativ unterwegs. Denn da gehen die männlichen Goblins halt jagen und plündern und schälen und kämpfen und die weiblichen Goblins kriegen einfach mal in erster Linie so viele Kinder wie möglich. Schwierig. Denn Goblins bauen halt sehr auf ihrer schiere Überzahl und die muss ja auch irgendwo herkommen. Aus dem Grund ist es auch so, dass wenn sich Goblins dann doch mal von ihrem Stamm abwenden und sagen wir mal in menschliche Siedlungen ziehen, dass das dann überproportional oft weibliche Goblins sind, die einen Lebenswandel suchen, wo sie halt nicht ganz so strikt in eine bestimmte Rolle gezwängt werden. Ich meine, ich kann es verstehen. Versetzt dich mal in so eine Goblinfrau rein, hättest du da großartig Lust? Goblins sind super nett und lustig. Ich weiß nicht. Mich erinnert das immer, wenn irgendwo in einem Buch steht, dass irgendwelche wechtlichen Charaktere rausziehen, weil sie einen Lebenswandel brauchen, merke ich, dass ich so The Legend of Zelda, Breath of the Wild und Tears of the Kingdom geschädigt bin, weil ich jedes Mal daran denke, dass da diese Gerudo-Frauen rausziehen, um einen Mann kennenzulernen und sie komplett darauf hin erzogen werden, das zu machen. In Zelda ist es nochmal ein bisschen anders, aber da finde ich, ist es ganz witzig gemacht. Ich finde auch, aber stell dir mal vor, du bist eine Gerudo-Frau und du bist lesbisch. Du lebst einfach im Paradies und dann musst du aus deinem Paradies rausgehen. So was gibt es bei uns nicht, das hat es noch nie nicht gegeben, so was gibt es nicht, genau. Bei den Goblins bestimmt auch nicht. Lesbische Goblins? Lesbische Goblins, die kommen im nächsten One-Shot-Frau. Vielleicht kann man da dann den Bogen schließen zum nächsten Thema. Überschrift Sklaverei. Oh nein. Und lieber nicht, okay. Aber wir haben Pride Month, du musst bitte ein bisschen Supported sein. Ich dachte, der ist im Februar. What? Okay, whatever. What? Vielleicht ist er noch in Amerika im Februar. Nein, der ist überall im Juni. Okay, nee, super. Pride, top, top, ganz großer Pride-Fan. Diesen Samstag ist die Pride in Passau. Wenn ihr da hingehen wollt und Leute unterstützen wollt, kommt es gerne hin. Ich wäre eigentlich da gewesen, aber ich bin auf einem Festival. Okay, nee, gut. Macht gute Sachen. Also nur, um das kurz klarzustellen. Ich bin sehr pro Macht, was ihr wollt mit eurem Leben. Mario und ich sind beide sehr supportive, was das Ganze angeht. Ich bin noch nicht so gut informiert wie sie. Wo war ich gerade? Ach ja. Sklaverei. Sklaverei und Unterdrückung. Goblins sind Unterdrücker. Das ist einerseits, also es ist nicht gut, aber es könnte schlimmer kommen. Nämlich das heißt, dass sie selten einfach darauf hinmorden und Leute töten, sondern sie nehmen lieber Gefangene und Sklaven. Das ist besonders gut, wenn man irgendwie ein Low-Level-Abenteuer spielt mit neuen Spielern, die auf Level 1 dann einem Haufen Goblins ausgesetzt sind. Denn man weiß ja, wie das läuft. Ein Goblin, der muss nur einmal falsch kritten und dann ist das Abenteuer schnell gelaufen. Vor allem, wenn man vielleicht einen Zauberer in der Gruppe hat. Genau, also wenn es ganz schief geht, dann ist es wahrscheinlich, dass die Goblins erstmal Gefangene nehmen, bevor sie die Leute einfach töten. Und das gilt nicht nur für Abenteurer und Menschen-Humanoide allgemein, sondern das gilt genauso auch für Tiere und Monster. Goblins sind dafür bekannt, dass sie Wölfe fangen und in Anführungsstrichen zähmen, in irgendeiner Form und Weise halt unterwerfen. Aber wenn sie mal in irgendein größeres Monster kommen, dann tun sie auch ihr Bestes, um mit ihrer Überzahl und roher Gewalt das irgendwie unter ihre Kontrolle zu bekommen. Und das kann natürlich mitunter schon gefährliche Züge annehmen. Ich stelle mir das gerade irgendwie lustig vor, weil, naja, man spielt halt Goblins, wenn man so Low-Level spielt, halt schon manchmal eher so ein bisschen dümmlich, glaube ich, als die M. Und dann stelle ich mir vor, so drei dumme kleine Goblins, die so einen fetten Direwolf bei sich dabei haben, so, den haben wir gezähmt. Wir haben ihm Fleisch gegeben und seitdem geht er hinter uns her. Genau, das waren halt vorher vier dumme kleine Goblins. Genau. So funktioniert das. Was die meisten nicht wissen ist, dass es in größeren Goblin-Stämmen ein sehr striktes Kastensystem gibt. So ein bisschen, wie man es aus dem traditionellen Indien kennt. Es gibt vier übereinander geschichtete soziale Schichten. Und je höher du bist, desto mehr Chancen hast du und desto bessere Berufe, wenn man so will, kannst du annehmen. Ganz oben stehen die Peitscher, auf Englisch die Lasher. Die repräsentieren so eine Art Adel. Die Goblins haben meistens keine wirklichen Adligen. Aber das sind halt Goblins, die irgendwie besonders geschätzt werden, entweder durch ihre Abstammung oder weil sie im Kampf besonders ausgebildet sind. Und die haben dann die wichtigsten Fähigkeiten im Stamm. Also die sind Strategen, die können Fallen bauen, Tiere zähmen, Bergbau, kennen sich vielleicht ein bisschen mit Schmiedekunst aus und haben Ahnung von Religion. Und man kann sich jetzt vorstellen, dass die Leute, die sich da besonders gut auskennen, dann natürlich auch die Leute erziehen, die sich dann zukünftig damit gut auskennen werden. Und damit bleibst du dann wieder in diesem Schichtensystem, wo es schwer ist rauszukommen. Auch als Goblin. Meistens gehören hier auch die ganz, ganz seltenen Goblin-Magier dazu. Zu denen sage ich später noch was. Man muss aber im Hinterkopf behalten, die gibt es wirklich selten. Also Goblin-Magier erstmal einfach vergessen. Ist mir bisher auch nicht wirklich untergekommen beim Spielen, muss ich sagen. Ja, jedenfalls diese oberste Schicht, die oberste Kaste, die Peitscher, die gehorchen eigentlich nur dem Stammesführer. Und der Name kommt daher, dass sie ihren Willen meistens mit Gewalt, wenn ja sogar wirklich wörtlich mit Peitschen gegenüber anderen Goblins durchsetzen. Die zweithöchste Klasse sind die Jäger. Das sind die Familien mit den Goblins, die geschickt im Umgang mit Waffen sind. Und vielleicht ein bisschen militärische Ahnung haben, aber kein anderes spezialisiertes Wissen aufweisen. Das sind dann die Leute, die gut im Wolfsreiten sind. Die sich am besten auskennen in den Gebieten ums Lager. Und die das Wild und das Essen reinbringen, ohne die die ganze Gesellschaft da nicht funktionieren würde. Die werden oft eingesetzt als Aufklärer, Fußsoldaten, Kavallerie. Kavallerie im Sinne von Wolfsreiter. Wölfe sind super beliebt bei Goblins aus irgendeinem Grund. Und Wölfe lassen sich das auch noch am ehesten gefallen. Es ist sogar so, dass Wölfe einfach im Umkreis von großen Goblin-Stämmen sich dann gegen Feinde der Goblins richten, ohne dass sie unbedingt von den Goblins sogar dafür abgerichtet wurden. Okay, kann ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen, diesen Move von den Wölfen, weil ich denke mir, Goblins wären doch eigentlich echt ein gefundenes Fressen. Aber Wolf, du Wolf. Vermutlich spielt da auch das Goblin-Pantheon eine gewisse Rolle, die da im Hintergrund ein paar Fäden ziehen, die man als Sterbliche vielleicht nicht so mitbekommt. Aber kommen wir mal zur zweitniedrigsten Kaste, also dritte von oben. Die Sammler, die sind dafür zuständig, Nahrung zu beschaffen, die nicht gerade gejagt werden muss. Also sei es irgendwie durch natürliche Vorkommen oder durch Diebstahl. Die kümmern sich auch so geringfügig um Landwirtschaft, wenn die Goblins in dem Stamm das betreiben, stellen die Fallen auf, überprüfen die Fallen, schauen, ob da irgendwie gefangene Menschen oder Tiere drin sind, die man entweder versklaven, unterjochen kann oder im Schlimmsten veressen. Und die sind jetzt auch nicht so gut, was Waffen angeht, haben meistens höchstens irgendwie Schleudern, Messer. Aber sie sind diejenigen, die für den Stamm kochen und im Kriegsfall auch das Gift herstellen. Ganz unten sind die Pariahs, auf Deutsch würde ich es jetzt mal übersetzen mit die Geächteten. Das sind so die Goblin-Familien, die halt am dümmsten sind, am wenigsten gebildet, am schwächsten. Schleudern, die es sonst zu nichts bringen und die erledigen halt dann im Stamm die schmutzigen Aufgaben, das Ausmisten von Tiergehegen, die Graben, die Minen. Die nehmen im besten Fall noch die Aufsicht über die Sklaven an, weil die haben gar keinen Status. Von daher hast du mit bisschen Status zumindest schon mehr zu sagen als die und hast dann hier nochmal eine Chance, dann doch irgendwie nochmal Macht auszuüben. Irgendwie krasses patriarchales System. Gibt es auch so Goblin-Revoluzzer? Die sind so, nein, wir machen jetzt einen Goblin-Aufstand, wir lassen uns das nicht länger gefallen. Ja, also ich würde schon sagen, dass es größtenteils, also patriarchal ist hier per se nicht falsch, aber es gibt viele Goblin-Stämme, die weibliche Anführerinnen haben. Denn wenn du halt als weiblicher Goblin derjenige bist, der das Talent hat oder die Macht, dann hast du Glück gehabt. Bist als weiblicher Goblin der, der das Talent hat, besonders viele Kinder zu kriegen. Ja, vielleicht reicht es schon als Talent. Du brauchst dir einfach so einen Bienenstamm aus und sagst so, ihr bringt mir Essen, ich bring euch Babys. Genau. Ja, du merkst schon, dieses ganze Goblin-Kultursystem, es geht stärker in die Tiefe, als man denkt und es ist strukturierter aufgebaut, als man vielleicht als Spieler jetzt erwarten würde. Es ist wirklich so, jungen Goblins wird von Grund auf ab dem ersten Jahr beigebracht, dass das Recht der Stärkeren überwiegt, das Egoismus, das ist, wonach man streben sollte. Und von daher ist es auch irgendwie so, wenn Goblin jetzt vor eine Situation gestellt wird, wo er sich entscheiden muss, rette ich mich oder rette ich meinen besten Freund, dann wählt er in 99 Prozent der Fälle sich selbst. Dafür, dazu werden sie erzogen. Allgemein ist Aggressivität und Gewalt ein sehr wichtiger Aspekt in der Kultur der Goblins und es ist eine angebrachte Lösung für eine ganze Menge Probleme, die es bei uns vielleicht nicht unbedingt wäre. Ihm ist halt durchaus bewusst, dass sie schwächer sind, dass andere Völker weniger intelligent. Als Kollektiv kriegst du das halt mit, da sind sie nicht blind dafür. Und das gleichen sie halt, wo sie können aus. Einerseits mit ihrer schieren Menge und andererseits dadurch, dass sie gerne hinterhältig und tricky sind. Also sie verstecken sich, arbeiten mit Giften, arbeiten mit Fallen und das funktioniert schon, sonst hätten sie sich ja nicht so lange kallen. Ich erinnere mich gerade daran, wie wir gerade gegen Goblins gekämpft hatten, uns ging es nicht mehr so gut, haben dann gerastet. Keiner von uns war natürlich ein Elf, der nur vier Stunden meditieren muss und Aaron sagt zu einer Mitspielerin, würfel mal einen D100. Sie würfelt eine Drei. Und dann kamen drei Goblins aus dem Gebüsch und wir waren so, nein, nicht schon wieder Goblins. Aber wir haben halt auch in der Nähe deren Höhle gerastet, das war nicht so klug. Nee, das war wirklich nicht so klug. Aber ja, in Büschen können sie sich gut verstecken. Ich meine, wenn du klein bist und eh vielleicht schon dieselbe Farbe hast wie das Buschgeblätt, dann tust du dich natürlich leichter. Aaron gibt gerade Tipps an alle kleinen grünen Spanner. Versteckt euch im Gebüsch, da tut ihr euch leichter. Genau, also wenn ihr spannend wollt, malt euch grün an. Das ist, was ich sagen möchte. Nein, das war ein Jokus. Aaron meinte das nicht ernst. Achso, okay. Nee, meinte ich nicht ernst. Reden wir nochmal ganz kurz über das Goblin-Pantheon. Beziehungsweise über das Goblin-Oide-Pantheon. Es gibt einige Götter, die davon relevant sind. Und vielleicht ist es besser, wenn ich sage relevant waren. Denn hauptsächlich gibt es einen, nämlich Maglubiet, den Eroberer. Den verehren die Goblins. Aber mehr als sie ihn verehren, fürchten sie ihn. Denn er hat ihre ursprünglichen Götter alle zermatscht. Zermatscht. Da gab es dann so Leute wie Bagriviek, den Goblin-Gott der Einheit und der Kooperation. Grankhul, den Grottenschrat-Gott der Jagd. Rugek, den Grottenschrat-Gott der Gewalt. Aber nicht alle von diesen Göttern wurden wirklich unterjocht von Maglubiet, sondern zwei haben es geschafft zu entkommen. Zumindest mehr oder weniger. Einer auf jeden Fall. Nämlich Kurguar Bayak, den hat er bewusst am Leben gelassen. Der Goblin-Gott der Versklavung und der Unterdrückung. Das ist der Grund dafür, warum sie so unbedingt darauf stehen, Leute gefangen zu nehmen und zu versklaven und zu unterdrücken. Weil ihre Religion das vorgibt. Aber die andere Gottheit ist spannender. Die hat Maglubiet der Sage nach nämlich nicht gefunden, denn sie hatte keinen Namen. Der namenlose Gott der Goblins ist irgendwie entkommen und hat es geschafft, man weiß nicht genau wie, vielleicht nur in Bruchstücken weiter fortzuexistieren. Und diese Bruchstücke, geisterhafte Teile dieses Gottes, die ergreifen manchmal Besitz von einzelnen Goblins. Besonders Goblins, die sehr schlecht behandelt werden und verwandeln den Goblin dann mehr oder weniger in einen Gegenteil-Goblin. Und genau so nennen die Goblins das Ganze dann auch, nämlich einen Nilbock-Goblin-Rückwärts. Ich habe gerade an etwas ganz anderes Dummes gedacht. Was denn? Ich stelle mir so vor, wie dieser namenlose Gott es geschafft hat zu flüchten. Und dieser Maglubiet ist jetzt hart auf der Suche nach dem und dann trifft er und sagt, Entschuldigung, ich suche so einen namenlosen Gott. Hast du den hier gesehen? Nee, habe ich nicht gesehen. Okay, wie heißt du? Eeeh, Eeeh, Franz. Wow. Die Nilbocks, die sind eine ganz mysteriöse Sache. Jedenfalls, weil die von ihrem Gott, diesem namenlosen Goblin-Gott, seltsame Fähigkeiten bekommen, die sie unglaublich nervtötend machen für die Unterdrücker dieser Goblins oder sogar die anderen Goblins in der Gruppe. Denn ein Nilbock, der heilt sich, wenn er Schaden nimmt. Und er bringt dich auch dazu, dass wenn du böse zu ihm bist, dass du nicht mehr böse zu ihm sein willst, sondern dass du plötzlich nett zu ihm sein willst und dass du quasi dich eigentlich genau andersrum ihm gegenüber verhalten möchtest. Und selbst wenn du es irgendwie schaffst, ihn loszuwerden und zu töten, dann ergreift dieser Nilbock-Geist einfach Besitz von einem anderen Goblin und lässt dem dann diese übersinnlichen Kräfte zuteil werden. Das ist echt hartnervig. Das ist ungefähr das Äquivalent von dieser Fingerfalle. Hast du die schon mal gesehen in Mulan, die man so auf die Finger steckt und dann kriegst du deine Finger nicht mehr raus? Ich glaube nicht. Im zweiten Mulan-Teil. Und dann, das ist der Prinz von irgendeinem Kaiserreich und der spielt da mit dieser Falle und kriegt die Finger nicht mehr raus. Und ungefähr so nervig stelle ich mir das vor. Ja, und diese Goblin-Heere, die haben das durchaus bemerkt, dass das eine nervige Sache sein kann. Und um zu vermeiden, dass solche Nilbocks entstehen, denn wie gesagt, die kommen immer daher, wo Goblins extrem unterdrückt werden und keine wirklichen Auswege mehr finden, haben sie angefangen, immer mindestens einen Goblin zum Narr zu ernennen, der quasi Narren Freiheit genießt, machen kann, was er will und sich nicht unbedingt an die Strukturen halten muss. Und wir versuchen damit ein bisschen zu vermeiden, dass Nilbocks entstehen. Sie haben also sich wirklich die Lösung gesucht nach dem Thema, verdammt, wir haben ein verdammt unterdrückendes Schichtensystem. Was können wir machen? Wir suchen uns einen Dorftrottel. Ja, so ungefähr. Es gibt noch eine andere Goblin-Unterart, die ich noch ganz kurz anschneiden wollte. Ah, vielleicht schiebe ich die in die Hop-Goblin-Folge, wenn es da mal eine gibt. Nämlich die Koalins. Die kommen auch vor in den 5E-Abenteuern, das sind Meeres-Goblins. So ein bisschen das, was ein See-Elf zu einem normalen Elf ist, ist ein Koalind zu einem Hop-Goblin. Eigentlich nicht zu einem Goblin, deswegen glaube ich, passen sie dann lieber in die Hop-Goblin-Folge. Dann bleibt noch eine Sache, nämlich Goblin-Magier. Da sie nicht besonders schlau sind, tun sie sich sehr schwer mit Magie. Und die Intelligenz ist das eine, das andere ist die natürliche Gabe, die man dafür haben muss. Und die Geduld. Und alle diese sind Sachen, die fehlen Goblins. Und deswegen gibt es nur ganz, ganz selten welche, die sich wirklich Magie aneignen. Und die lassen sich kategorisieren. Goblins haben einen eigenen Namen für ihre Magier. Die nennen sie Bujaks. Und es gibt 5 große Kategorien. Ich habe nur die englischen Namen parat. Die Buja-Caster, das ist ein Goblin-Klassiker, der hat vielleicht nur unter dem Hop-Goblin-Magier oder so gearbeitet. Hat da ins Zauberbuch reingesehen, hat irgendwie dem ein bisschen bei seinen Handbewegungen zugeschaut, hat einen Zauber nachgemacht. Und hatte dann vielleicht wirklich noch das Glück, dass er auch die Gabe hatte, diesen einen Zauber dann wirklich zaubern zu können. Und der beherrscht halt einen Zauber und wow, damit ist er schon der Ober-Goblin in seiner Truppe. Imagine, du beherrschst einen Zauber. Und dann ist es sowas wie Prestiditation. Ja, meistens sind es nur diese schwächeren Zauber. Häufiger sind allerdings die Buja-Guielder, die irgendwie an ein magisches Artefakt gekommen sind. Und dann dieses magische Artefakt benutzen, um dadurch ihrer Magie zu wirken. Das heißt, sie sind nicht wirklich Magier, sondern sie nutzen nur irgendwie die Umstände aus, die ihnen in die Hände gefallen sind. Die zwei, würde ich sagen, kommen noch am ehesten vor. Spannend wird es jetzt aber so ab Stufe 3. Nämlich den Bujak Peitschen. Das sind Goblins, die besonders auserwählt wurden von Kurga Berg, dem Gott der Unterdrückung, wie wir vorher gesagt haben. Der gibt nämlich manchmal besonderen Goblins die Fähigkeit, ihre Mit-Goblins einfach zu unterdrücken. Auf magische Art und Weise. Sie zu dominieren. Und die haben dann meistens irgendwie eine Handvoll anderer Goblins, die quasi ihnen einfach an den Fersen hängen und alle Wünsche von den Lippen ablesen. Was sie prädestiniert dazu macht, einen Stamm zu führen. Okay. So. Du kennst dich ja inzwischen ein bisschen aus mit Magie. Wenn du nicht so gut drin bist, Magie aus Büchern zu lernen, was hast du denn sonst noch für Optionen, um an Magie zu kommen in D&D? Ich klau mir ein mächtiges magisches Artefakt. Hatten wir schon. Ich suche mir Hilfe. Was heißt das? Also entweder werde ich zum Warlock und suche mir, keine Ahnung, einen Dämon, der mir Magie dafür gibt, dass ich ihm im Austausch einmal im Monat einen Goblin-Kollegen von mir abschlachte. Ja, die gibt es. Die nennen die Goblins Bujak-Sklaven. Oh, okay. Meiner Meinung nach sind es wahrscheinlich die mächtigsten Magier unter den Goblins, denn das sind effektiv Warlocks. Und wie stark ein Warlock werden kann, findet man als Spieler ja leicht raus. Ganz häufig arbeiten Goblins für Untote, also Vampire, oder für Vetteln. Okay, ja, gut. Beides eher unangenehme Genossen. Ja. Ich spoil mal die letzte Variante, die es noch gibt. Du kannst angeborene Magie haben. Nämlich als Sorcerer zur Welt zu kommen. Und bei Goblins sind am häufigsten die Wild-Magic-Sorcerer vertreten. Und die werden Bujak-Bujak-Bujak genannt. Wow. Und die kann man sich einfach vorstellen wie eine besonders chaotische Art und Weise des Wild-Magic-Sorcerers, die bei jedem Zauberspruch, den sie wirken, eine Wild-Magic-Sorger erzeugen. Und plötzlich steht da so eine Topfpflanze. Und plötzlich steht da so eine Topfpflanze oder was weiß ich, was da noch alles passieren kann. Denn wilde Magie ist zwar unvorhersehbar und chaotisch, aber sie ist durchaus sehr, sehr mächtig. Und deswegen kann man ein bisschen diskutieren, ob die Bujak-Bujak-Bujaks über den Bujak-Sklaven stehen oder ob das andersrum ist. Aber, wie auch immer, das ist eigentlich so die Hierarchie unter denen. Sehr nice. Ich glaube, im Großen und Ganzen bin ich damit durch. Eine Sache, die ich noch interessant finde, ist die Sprache der Goblins. In den Büchern steht ganz oft einfach nur drin Goblin. Tatsächlich hat ihre Sprache aber einen Namen, nämlich Gukliak. Und dann spricht Bujak-Bujak-Bujak-Bujak-Gukliak. Genau. Amazing. Abgesehen davon sprechen Goblins natürlich aber auch meistens die Gemeinsprache. Sehr häufig vertreten sind aber auch Orkisch, weil Goblins oft mit Orks zu tun haben. Oder Yipiak, das ist die Sprache der Kobolde. Ich dachte, die mögen sich nicht, Kobolde und Goblins. Meistens nicht, aber manchmal schon. Die Körpergröße verbindet halt doch öfter, als man denkt. Stimmt's, Marie? Was soll denn das jetzt heißen? Nix. Ich bin durchschnittliche weibliche Frau. Weibliche Frau. Ich bin durchschnittliche weibliche Frau. Ich habe die durchschnittliche Frauengröße von Frauen in Deutschland. Ich bin 1,65. Eine Frage stellt sich natürlich noch. Ja. Auf einer Skala von 9 bis 10 Zahnärzten. Nee, Spaß. Auf einer Skala von einer bis drei wichtigen Unterarten der Goblinoiden. Was gibst du den Goblins? Ich gebe ihnen eine 2,9. 2,9 ist gut. Weil ich finde, Goblins sind gute Gegner. Gerade für den Einstieg kann man ein bisschen die witzige Seite von denen, die einfließen lassen. Und ich finde es immer cool, Gegner zu haben, die einem geistig unterlegen sind. Aber bei denen man sich gleich bewusst werden soll, dass nur weil sie nicht so klug sind wie du, sie dadurch nicht weniger gefährlich sind. Das stimmt. Hast du noch Fragen zu Goblins? Nein. Dann sollte ich eigentlich nur noch anschneiden, dass man Goblins durchaus, wenn der Dungeon Master das erlaubt, und das tut er nicht immer, weil es hier eigentlich schon um Monstervölker geht, die Möglichkeit hat, einen Goblin als Spielercharakter zu spielen. Standardmäßig bekommt man als Goblin plus zwei Decks, plus eins Con. Als Goblin wird man maximal so um die 60. Ist in der Regel klein, hat Darkvision. Und man hat zwei Sonderfertigkeiten. Nämlich darf man Disengage oder Verstecken als Bonusaktion während seinem Zug benutzen. Mit dem Nimble Escape Feature. Und man kann einmal pro Rast extra Schaden machen, wenn man eine Kreatur angreift, die größer ist als man selbst. Das sind beides extrem gute Fähigkeiten. Also Bonusaktion für Disengage ist amazing. Der extra Schaden, den man dabei macht, ist so hoch wie das Level. Also auf Level 1 macht man einen extra Schaden. Trotzdem gutes Feature. Ja, spannender wird es dann irgendwie ab Level 5, 6, wo es dann 5 bis 6 Schaden sind. Wobei auf Level 5 und 6 Schaden natürlich jetzt auch nicht so viel sind. Also es ist kein schlechtes Feature per se, weil du kriegst ja auch noch Darkvision etc. dazu. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es irgendwie übermäßig stark ist. Ich würde sagen, es ist so in der unteren Mitte vielleicht. Ja, aber auf jeden Fall cool. Genau. Stell dir vor, Aron, du spielst so einen Goblin, der als Goblin-Baby ausgesetzt wurde. Und dann hat ihn so ein mitleidiges Menschenpaar gefunden und aufgezogen. Und die haben ihm dann die Möglichkeit gegeben, gute Bildung zu erhalten. Und dann hast du so einen richtig intelligenten Goblin da sitzen, der so Magier ist und sich immer darüber aufregt, wie dumm die Leute seiner Art sind. Klingt nach einer guten Charakter-Idee. Ich habe gerade richtig... Ich wurde gerade richtig inspiriert. Du darfst einen extra die 4 hinzufügen zu deinem nächsten Roll. Wow. Nee, ich spiele leider wirklich sehr gerne kleine, nervige Charaktere. Ich weiß nicht, ob das schon aufgefallen ist, aber das ist so mein Go-To-Ding. Irgendwie ist mir das grob schon aufgefallen, ja. Klein und erneu. Das Goblin-Oiden-Thema gibt noch so viel her. Vielleicht schieben wir die Grotten-Verrat-Cob-Goblin-Folge dann irgendwann in Kürze mal nach. Sehr gerne. Und was ihr jetzt gerne noch nachschieben könnt, wäre vielleicht ein lieber Kommentar auf YouTube oder eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts oder dem Podcast-Anbieter eurer Wahl. Wir freuen uns da sehr drüber. Wir sind ja ein kleiner Podcast, deswegen freuen wir uns zumindest über eure Unterstützung. Denn das kostet nichts und unsere Herzen füllt es mit ganz viel Wärme, liebe Kommentare zu lesen. Ihr könnt uns natürlich aber auch, wenn ihr uns schon keine echten Juwelen schicken dürft, aus steuerlichen Gründen Fanart schicken von mir, wie ich gerade im Juwelenmeer schwimme. Ich frage mich, also ich vermute mal, dass die wenigsten von euch sich Aarons und mein Instagram angeguckt haben. Ich frage mich, wie die Leute sich uns vorstellen. So allein von der Stimme her. Kann man sich von der Stimme her eine Person vorstellen? Ich wahrscheinlich so wie in Echtheit. extrem muskulös, gut aussehend, goldenen Schmuck tragend, mit vielen Edelsteinen. So wie ein Nerd mit Bürojob eben aussieht. Ja, genau. So ungefähr. Also, wir hören uns beim nächsten Mal. Genau. Ich bin die Marie. Und ich war der Aaron. Bis dann. Und ich war der Aaron.